Filmkamerad und Wanderfährer Filmkamerad 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 Das sieht so aus. Da haben wir mal Flaschwein gewonnen. Da haben wir mal Flaschwein gewonnen. Da haben wir weiter unten mal Spalte-Pölkungen geübt. So, ich hätte mal gesagt, es ist eine Reine. Ich habe geschwitzt. Aber die Kühlschwein habe ich gewonnen. Letztes Mal hättest du schon gesagt, die da, wo du die Räume auf dem Brotest durchmachst? Das ist ein richtiger Trichter von der Reine. Ja, das hat die Reine. Wenn man die Schüler, also die größte Lernung macht, hat aber von sich einer von den Kindern ein Opa auf Häuser. Ja, wir sind gleich aufgrundmach fertig. Das ist nicht so. Ja, wir sind schon. Ja, das können wir immer noch mal in den Filzen. Ja, ja. Das kann man sich so anbringen. Was ich mal machen könnte. Was wir mal machen könnte. Ich könnte mal eine Höherführung im Finstert Loch organisieren. Ich bring dir einen mit, ich habe einen gemacht. Der Vorstand vom Hehlenkunderverein, der ist Stammgast draußen auf der Helle und etliche von seinen Kumpels auch. Aber die Wasserströmung zieht noch hinten auf. Und es sind 1380 Meter sind vermessen jetzt. Es geht aber noch weiter, aber da können sie momentan mit, da sind sie nicht ganz sicher, ob der Sauerstoff nachläuft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020